Ja, YouTuber, hallo, ich habe da viel Abfall von der Bauerei und sowieso wird das weggeführt. Eine Garage voll Abfall. Mit der Miszzange probiere ich hier, damit ich hier nicht alles einzeln. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bleibt ein bisschen viel hängen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, ich habe hier fast einen neuen Traktor. Der Mech hat mit ihm geprüft und musste ihn MFK vorführen. Und die Kotflügel waren verdostet. Die mussten ersetzt werden oder hätten eine gröbere Reparatur nötig gehabt, hatten Löcher. Fast nicht mehr zu reparieren. Jetzt haben wir hier einen neuen montiert. Oder den Mech, ich habe nichts gemacht, ich habe keine Zeit leider. Und dann haben wir, hat er sie verzinken lassen. Der Agri-Full 8046. Sieht gut aus. Die sollten jetzt haben für die Ewigkeit. Und schön selber, Scheiben geputzt. Die Abgaswartung wurde frisch gemacht. Jawohl. Schaut euch das an. Diese Kuh liegt in der Liegebox. Das erste Mal, jetzt bin ich über einen Monat. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier. Und heute ist das das erste Mal, wo sie selbstständig in die Liegebox geht. Beste später als nie. Ich hoffe, sie hat sie jetzt begriffen. Bis jetzt muss ich sie immer hineinjagen. Und dann ist sie kurz um ab. Sie ist dann hinuntergelegen. Und ich sage mal, hat sie sich hingelegt. Aber ich musste sie jedes Mal hineinjagen. Und dann ging es. Selber war sie noch nie. Und jetzt hat sie es hoffentlich begriffen. Wäre cool, ja. Doch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schönen Abend. Tschüss zusammen.